Ich warne dich, du hässlicher Hurensohn! Was zur Hölle! Als die Gedanken! Das ist doch ein Kinderspiel. Allerdings ohne Kinder. Come on! Das hat dir die Sprache verschlagen, was? Der Besitz umfangvolle Kraft! Behandle ihn mit deinem Leben! Das Ritual hat bekommen! Dies ist ein weitergehalten! Wisst ihr, wovon wir sprechen? Wir müssen wachsam bleiben! Wir werden auf uns lauern! Wir sind ganz schön! igue 12 Jahre alt? Wir werden auf keinen Weg zur Hölle verlassen! Wir sind los in die Dr musimy. Weißt du noch nie? Der Fohr muss auf dem heiligen Ort. Nur dann kann die überirdische Horde abgefährt werden. Vier Kielschiff zusammen. Nur dann können wir die... Maxim, eine Munition! Die Ärger? Ich glaube schon. Ich mach dich gleich fertig! Nimm deine dreckigen Klauen weg, Freak! Die Säge! Die Säge! Ich weiß nicht, wie sie bewirkt haben. Sie hat sich der Dunkelheit geblockt. Sie sind nur noch ähnlos in der Seine. Schau, bitte! Tiefang! Ein guter Rat! Halt dich von mir fern! Verstaunt Nero und seine Messer des Todes. Nur indem man die Bestie ruft, kann man die Dinge finden, die man braucht. Man muss das Unentdeckte entdecken. Ihr habt Blut an den Händen. Es kann nicht abgewacht werden. Eure Seiten haben andere Dinge. Wir bringen alles wieder in den alten Zustand. Nur ein Wandel, man vögelt ihren Unterstuhl. Das ist ein Wandel. Das ist ein Wandel. Du hast ein eigenes Todesurteil unterschrieben. Das sieht gut aus, ich brauche Munition. Was ist passiert? Hat mir jemand was in dem Drink getan? Das sieht gut aus, ich brauche Munition. Ihr habt Blut an den Händen. Es kann nicht abgewacht werden. Eure Sünden haben andere Lippen zu überwinden. Hey, das ist ein Angriff auf einen Polizisten. Oh, das ist schon besser. Hey, nächstes Mal will ich 50% nachlassen. Maximale Munition! Ich komme zu den rätselhaften Mächten, die uns bedacht haben. Das wird nicht nochmal passieren. Euer Opfer wurde geworfen. Endlich etwas Pause für meine Füße. ausprobiert werden. Ich bin nicht mehr für die andere Lage. Der Wurm ist seinem heiligen Ort. Nur dann kann die überirdische Horde abgehört werden. Vielleicht sollte ich die ganze Zeit mit dem Zug fahren. Zumindest kann ich dann immer sehen, von wo sie kommen. Viel hielt es zusammen. Nur dann können wir die Trennung eurer Welt verdienen. Wir müssen das aufkriegen. Wir sitzen hier fest wie Vieh. Wir müssen die Trennung. Schreiner! Oh, meine Lieblingssorte! Was ist das? Keine Ahnung, ob ich das wert war. Aber schmeckt nicht schlecht. Oh, was für ein kranker Scheiß. Keine Ahnung, dass ich meine Hämmernde Kopfschmerzen bekomme. Oh! Maximale Munition! Auf Wiedersehen! Ich dachte schon, ich würde atomisiert werden! Diese Maschinen, haben wir eine stetische Genehmigung? Schussverkauf! Sieht aus wie ein verdammtes Spielzeug! Hey, hey! Kann ich nicht eins dieser Gatling-Kanon-Dinger haben? Das klingt nicht so leicht, das könnte ich einhändig feuern! Das wirst du bereuen! Auf Wiedersehen! Das nur nicht! Wir haben sich auch nie gehäuftet im Kreuz als an jedem anderen Ort der Stadt. Euer Opfer wurde gewählt. Gut, dass du mich nicht vergessen hast. Gut, dass du mich nicht vergessen hast. Gut, dass du mich nicht vergessen hast. Wenn ich nicht verstehe, du meinst. Du bist nicht aus. Ich kann nicht nur nachher. Du hast ihn aufgenommen. Lass ihn aufgenommen. Komm, rede mit mir, Schätzchen. Freilich an meiner Schulter aus. Euer Opfer wurde gewinnt. Die Boxhalle. Kommt euch der Arm bekannt vor? Du bist fertig, Kumpel. Fertig! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Maximale Position! Kein Preis mit mir! Hast du nichts Besseres zu tun? Der Fall ist abgeschlossen. Ich hoffe, du erwiderst diesen Gefallen, sonst helfe ich dir nie wieder. Schussverkauf! Diese Wege müssen verdammt sein. Mal sehen, dass ich da runterkomme. Auf Wiedersehen! Mal sehen, dass ich da runterkomme. Auf Wiedersehen! Das musst du bereuen! Und zwar bald! cool So leicht geh ich nicht unter! Das wird nicht noch mal passieren. Moment, war ich gerade nicht noch woanders? Ich weiß nicht, wie der Scheiß funktioniert. Mir reicht es, dass er es tut. Los jetzt! Ich hab mich den ganzen Tag Zeit. Nun, das war eine Erfahrung. Diese Maschinen, haben die eine städtische Genehmigung? Aber wie lohnt es sich, dieses Heim herumzutragen? Du hast echt Nervenmonster! Ich mach dich gleich fertig! Du bist fertig, Kumpel! Du versuchst mich mit dir runter zu ziehen? Hey! Ich mach euch nicht noch mal! Was? Willst du, dass ich dich langsam umbring? Nimm deine dreckigen Klauenbett, Freak! Ja! 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 Ganz lege nicht! Jetzt die 식으로 erf�� 500 Liter fläche. Ja! Und dann yok! Ja! Das ist wohl der Ausdruck. Das ist doch ein Kinderspielzeug. Allerdings ohne Kinder. Das kommt mir vertraut vor. Ich glaube, ich habe darüber schon mal ein Buch gelesen. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. ich bin im dienst dreimal angeschossen kleiner kratzer macht mir keine angst du bist fertig so so Auf Wiedersehen! Du solltest dir einen Anwalt besorgen. Hey, das ist ein Angriff auf einen Polizisten. In der Masse fühlt ihr euch stärker, was? Was? Könntest du ohne mich nicht leben, was? Wisst ihr, was das Verrückte ist? Ich drücke mich daran! Diese Straßen gehören mir! Ich bin im Dienst dreimal angeschossen worden. Ein kleiner Kratzer macht mir keine Angst. Ein guter Raft! Halt dich von mir fern! Hast du dir das Nummernschild notiert? Ja! Hey! Das ist Angriff auf einen Polizisten! Zurück! Ich bin derjenige, der die Fragen stellt! Nimm deine dreckigen Klauen weg, Freak! Ich hoffe, du erwiderst diesen Gefallen, sonst helfe ich dir nie wieder! Oh, meine Lieblingssorte! Was ist das noch? Geht jetzt irgendwas? So leicht geh ich nicht unter! So leicht geh ich nicht unter! Es ist erst vorbei, wenn die dicke Frau gesungen hat! F***! Also, du hast ein Buch erwähnt, das uns all das hier erklären könnte! Ich habe viele Bücher gelesen, Detective! Es tut mir leid! Maximale Munition! Hey, klasse! Gratis-Munition! Will das Ei kochen, oder was? Oh, oh, und wieder, wieder sind mächtige Kräfte am Berg! Und hier, wieder sind mächtige Kräfte am Berg! Und hier, wieder sind mächtige Kräfte am Berg! Are you shudden wehensING, was du ministrisdest? Ich! Verdammt! Sie haben mich wieder erwischt! Bin ich der Einzige, der sich hier noch benommen fühlt? Ich glaube, ich muss kotzen! Ich weiß schon gar nicht mehr, ob das verrückt ist. Da bitte Punkte! Das Gerät außer Kontrolle! Geh! Reißt du so hoch, weil ich dir den Unterleib weggepustet hab? Ich mach dich gleich fertig! Mach keinen Scheiß mit mir! Das wird nicht normal passieren. Du könntest auch nicht mehr gehen, was? Du könntest auch nicht mehr gehen, was? Du könntest auch nicht mehr gehen, was? Ich mach dich noch mal. Das war's. Spannende Was? Willst du, dass ich dich langsam rumbringe? Weißt du wie ich bin? Lappete Punkte! Der Scheiß war unglaublich! Die Fixer konnten mir nichts anhaben! Das ist deine letzte Chance, dich still zu ergeben! Ich würde sagen, die Waffenkammer ist offen! Schussverkauf! Du musst die Augen offen halten! Ich dachte, das hättest du drauf! Auf Wiedersehen! Setz dich hin! Halt die Klappe! Bleib ruhig! Halt die Klappe! Du versuchst, mich mit dir runterzuziehen! Der Richter wird nicht milde sein bei dir! Das musst du bereuen! Und zwar bald! Du hast echt Nervenmonster! Auf Wiedersehen! Schiet, schietst! Genie! Offenheit! Die Klappe! Schiet fliegt! Schiet, schiet! Schiet... Schiet! Schiet, schiet! Schiet! Schiet, schiet... Schiet! Das war's. 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 Das war's.